Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein wirklich spannendes Jahr liegt mit dem Ende von 2019 hinter uns. Besonders in politischer Hinsicht hat sich viel getan. Zu Beginn freuten wir uns über die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, dass die angeblichen Doppelstaatsbürgerschaften nicht zum Verlust der Staatsbürgerschaft führen können. Zehntausende Menschen türkischer Herkunft standen kurz vor der Staatenlosigkeit, bis das oberste Gericht entschied, dass das Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger gesetzlich verletzt worden wäre. Im Februar dieses Jahres hat das Landesverwaltungsgericht, die im Juni 2018 von der Regierung verkündete, Auflösung der arabischen Kultusgemeinde für rechtswidrig erklärt. Wir erinnern uns an die Schließung von sieben Moscheen letztes Jahr. Die Moscheen dürfen weiter existieren, die geschlossenen Moscheen konnten wieder ihren Betrieb aufnehmen. Es stellt sich heraus, dass beim groß inszenierten Kampf gegen den sogenannten politischen Islam es eigentlich um plumpe Ablenkungsmanöver unserer Ex-Regierung geht, die dann noch so inkompetent vorgeht, dass die rassistischen Gesetze durch simple Formfehler nicht halten können. Einer der letzten Gesetzesbeschlüsse der zerbrochenen türkisblauen Koalition Mitte Mai wurde mit einfacher Mehrheit das Schulunterrichtsgesetz geändert. Das Tragen eines Kopftuches wurde in der Volksschule verboten. Die ÖVP kündigte an, das Verbot auf bis 14 Jahre und für Lehrerinnen zu erweitern. Wir kündigten im Gegenzug als das SUZ an, dieses Verbot vor das Verfassungsgericht zu tragen und dazu stehen wir. 2019 war auch das Jahr, in dem Deutschförderklassen getestet wurden. Kinder wurden aus ihren Klassen entrissen, um sie bis zu zwei Jahre in parallelen Strukturen unterzubringen. Experten stellen den Deutschförderklassen aus mehreren Gründen ein nicht genügend aus. Und genau so schafft man übrigens auch die viel kritisierten Parallelgesellschaften. Integrieren wollte sich übrigens eine muslimische Familie in Weikendorf. Dort versuchte die Gemeinde, die Familie daran zu hindern, ein Haus zu kaufen. Das Landesgericht hat vor wenigen Tagen der Familie Abu Husna zwar Recht gegeben, allerdings bestätigt die Gemeinde einstimmig darauf, den Fall bis vor das Höchstgericht zu verfolgen. Einstimmig im Gemeinderat sitzen neben der Mehrheitsfraktion ÖVP auch die SPÖ und die FPÖ. Wir wünschen der Familie Abu Husna weiterhin viel Erfolg auf ihrem Weg zu einer gelungenen Integration. Die Universität Salzburg hat für eine Studie 1200 Menschen zu ihrer Meinung über den Islam und Österreich befragt. Das Ergebnis, über ein Drittel der Befragten steht Muslimen negativ gegenüber. Und fast die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass Muslime nicht die gleichen Rechte wie andere Österreicher haben sollten. Studienautor Wolfgang Aschor benannte auch die Gründe dieser antimuslimischen Haltung in Österreich. Er adressiert die Medienberichterstattung über die Musliminnen in Österreich. Sie seien der Grund für die steigende Fremdenfeindlichkeit. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ihr seht es sind alarmierende Ereignisse insbesondere in den letzten Jahren in Österreich passiert. Medien und Politik führen uns geniert diesen Kulturkampf, um so von den viel größeren und wirklichen Problemen ablenken zu können. Die globale Erwärmung, der Abbau sozialer Errungenschaften, Korruption und die imperiale Lebensweise werden so zu Randthemen und negiert, obwohl sie uns doch alle gemeinsam betreffen. Mit dem SOZ wollen wir 2020 zur Wien-Wahl antreten und endlich wieder eine politische Bewegung schaffen, die sich um die Probleme der Ausgegrenzten, der Menschen kümmert, die keine Stimme haben. Dazu brauchen wir Eure Stimme und Euren Rückhalt. Für ein positives und erfolgreiches 2020 und alles Gute für wirklich alle unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger.